Großes Packen im Studierendenwohnheim Albrecht-Herweg. Studierende von der Georg-August-Universität gründen derzeit den Verein Initiative Humanitas, der Spendentransporte in die Ukraine organisiert. Hierbei gibt es viel zu tun. Spenden werden sortiert und eingepackt. Die Hilfsgüter setzen sich aus vielen Produkten zusammen. Neben Medizinprodukten, Hygieneartikel, elektronische Geräte und Kleidung werden auch Lebensmittel, runde Futter und Klopapier auf zwei Paletten gestapelt. Anschließend werden sie auf einen LKW geladen und an die polnisch-ukrainische Grenze transportiert. Für weitere Transporte freuen sich die Studierenden über Spenden und Ehrenamtliches Engagement. Hierfür gibt es Informationen auf den Social-Media-Seiten des Vereins. Mit verschiedenen weiteren Hilfsaktionen möchte der Verein sich in Göttingenbreite aufstellen.